Ja hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zu dieser schönen Gitarrenmusik, die richtig schön chillig und einschläfernd ist. Okay, nein, egal, weiter geht's, wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja in einer komplett lebensfeindlichen Umgebung, die beiden haben sich's noch relativ gut einrichten können, Rattenbro mit seinem traurigen Brustpanzer, den konnten wir ja befreien, der pofelt gemüsslich, genüsslich seine Pfeife, ähm, sie fehlt auf dem Bild, also ganz so idyllisch dürfte es nicht sein, gut, ja, kurz einmal Inventar checken, wir haben eine abgerissene Schere, wir haben ein langes Seil, wir haben eine Steinplatte, ja, schade, dass man das nicht dann untersuchen kann, wenn das mal da drinnen ist, wir haben eine Metallplatte und eine Holzfigur. Was wir nicht haben bisher, sind die Eier der Vogelscheuche und wir sind eigentlich noch kein einziges Mal nach rechts gegangen, aber ich glaube mal, eins von diesen Dingen passt dort rein und das da, nein, ich dachte, dass das vielleicht irgendwie so wie so ein Kartenschlitz ist, vielleicht die Platte, das führt zu nichts, na gut, gut, ich schau jetzt mal da nach rechts Richtung Zug, schätze ich mal, oh, der ist cool, Stoffpuppe, ah, das Spielzeug von dem Rattenjungen, wer bist du, du möchtest zum Zug gelangen? Nicht so hastig, jeder, der über meine Brücke gehen will, muss beweisen, dass er dessen würdig ist. Ich habe diese Brücke gebaut und ich entscheide, wie er über sie schreiten darf. Beweise dich und bringe mir ein Fragment einer der wilden Bestien, die die unterirdischen Tunnel der Mine bewohnen, nur dann erlaube ich dir, die Brücke zu passieren. So ein Zufall, wir haben da eine dieser Bestien zu Tode gebohrt? Okay, du bist nun würdig, über die Felsabhänge zu schreiten, sei gegrüßt. Coole Sache, aber wir gehen jetzt vorher mal dem Rattenjungen sein Spielzeug. Puh, mittlerweile gibt es echt eine Menge Möglichkeiten und Wege. Links rauf den Berg, da müssen wir noch was erledigen, ganz nach rechts, die Abhänge hinunter, dann wieder zurück zu diesen drei komischen Ex-Königen-Statuen. Ja, ja, ich wollte dir ja gerade dein Spielzeug. Ich finde die Puppe irgendwie cool. Hey, unglaublich. Ich freue mich, dass du es gefunden hast. Ich habe komplett vergessen, dass ich es an der Brücke gelassen habe. Ja, Junge, du hast nicht nur ein Großvater-Gesicht, sondern auch schon ein Großvater-Gedächtnis. Kommt vor. Ich gehe jetzt Geigenmännchen spielen. Ja, pädagogische wertvolle Spiele, auch für Ratten. So. Mitten im Vorratskeller. Zutaten, Trockenobst, dreckiges Geschirr, nichts Interessantes. Ah. Das habe ich bereits notiert. Das ist ja eine von diesen, so eine Figur haben wir ja. Da. Die da. Habe ich bereits notiert? Ja, okay. Kann das sein? Ist da vielleicht der Zahlencode irgendwo in den Figuren versteckt? Nein, nicht wirklich. Weil da ist ja noch dieses eine Rätsel, vor dem ich noch nicht wirklich sicher bin, ob wir den Code jemals finden. Ah, cool. Noch eine Holzfigur. Damit wären es jetzt schon zwei. Drei, vier. Ah, okay, okay, okay. Na gut. Das sollten wir jetzt aber schaffen. Die war. Also, wir müssen zuerst einmal beide einsetzen. Ja, das ist jetzt aber fies. Die war an Position zwei. Das leuchtet doch schon. Ich habe gewonnen. Nein, habe ich nicht. Also, bei der bin ich mir ziemlich sicher. Position zwei. Na gut. Oh man. Mein Gedächtnis. Seepferdchen, Löwe, komisches Teil. Kann ich die auch so tauschen? Nope. Okay, doch nicht so leicht, wie ich dachte. Dann orientiere ich mich vielleicht weniger an den Gesichtszügen. Okay, dieser traurige Heinzi ist der vorletzte. Der Löwe passt, glaube ich, auch. Wie schaut es mit den Spitzen aus? Das passt eigentlich auch. Nein, das passt noch nicht ganz, weil... Genau, ich muss den und den tauschen. Den und den vertauschen. Yay. Ich höre, ich höre, wie sich etwas öffnet. Ah, da, schau her. Ein Weinfass. Ich muss einen klaren Verstand behalten. Naja, es wäre von Vorteil. Da versteckt sich doch die Betthöhle im Rattennest. Du, einer von ihnen, du kommst mich töten. Du nicht wissen, was los ist. Ich sage es dir. Das finde ich jetzt aber spannend, dass dieser, unser Ratten-Pro in seinem Keller eigentlich... Äh, ja, ein ganzes Folter-Equipment inklusive, ich behaupte mal, Unschuldigen da hat. Die Ratten locken Opfer in ihre Hütten, einschläfern und am nächsten Tag aufwachen im Käfig und warten auf ihre Mittagszeit. Ach du Schande. Ich sei einer dieser dumm... Seine Grammatik ist super. Ich sei einer dieser Dummköpfe und nun mich erwarten sicherer Tod. Du dich erbarmen und mich befreien? Ich dich lasse in Freihach. Du denke bestimmt, dass ich nichts anbieten kann. Du dich irren. Ja, Alter, du hast nicht einmal Shorts an. Ich so wie du. Fast geflüchtet aus dieser fürchterliches Reich. Schon Fasche gehabt für Zug, als sie mich gefangen. Okay, das macht die Sache jetzt schwer, weil wenn du einen Fahrschein für den Zug hast, wo auch immer du den jetzt versteckt hast. Ich will es gar nicht wissen. Na okay. Ich klicke einfach einmal weiter. Bevor ich hier gelandet, gesucht Hügel mit Händen. Dort warten Erlösung. Jetzt für mich Fahrschein nutzlos. Geben mir Freiheit, du mir helfen. Na ja, wenn du mir den Fahrschein freiwillig gibst, finde ich die Sache nicht mehr ganz so schlimm und tragisch. Wenn ja, dann drücke Knopf auf Wand. Er den Käfig nach oben bringen zum Licht. Freiheit dort wartet. Ja, Moment, aber oben sitzen ja die Ratten. Das finde ich jetzt aber natürlich interessant, dass unser Ratten-Pro da doch ziemlich, ach du Schande, doch ziemlich, ja, ein dunkles Geheimnis beinhaltet. Gut, das ist jetzt irgendeine Maschine, wo wir oben was viereckiges reinfüllen müssen. Was quadraförmiges. Das wird dann gepresst, gestampft, mit Initialen versehen und in den Zug eingebaut. Ah, da ist die Maschine. Haben wir irgendetwas, das wir da einstampfen, quadraförmig müssen können? Nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Ah, einmal. Kann man das da herlegen? Dann kann man nicht, das sollte ja dann. Gut. Die Platte gehört aber garantiert da rein. Schwierig. Scheint, als könnten wir jetzt entscheiden. Lassen wir ihn hochfahren oder runterfahren. Nachdem er ja gesagt hat, fahr mit mir hoch oder bring mich hoch, da sitzen zwar die Ratten, aber ich möchte ihn ja doch irgendwie freilassen. Also hoch mit dir. Dein Wunsch, nicht meiner. Ah, okay, der Brunnen ist voll mit dreckigem Wasser. Hinunter hätten wir ihn auf alle Fälle ersäuft. Aber was ist jetzt eigentlich? Jetzt ist er ja oben bei den Ratten. So. Ja, im Inneren der Gruft, ich war im Keller von dir. Du. Warte mal, was war das jetzt mit Folter? Das war jetzt ein anderer Text, oder? Vielleicht könnte dank dieser Kraft meine Familie nicht mehr in Angst vor den Folterknechten. Folterknechten, hallo? Ihr frest's Menschen? Freiheit, gut. Brunnen, böse. Ah, der ist da beim Brunnen rausgefahren. Naja, gut. Danke. Du, Freund. Ratten, böse. Sehr böse. Ja, Moment. Ich jetzt gehen? Hier haben wir ein Ticket. Ich weiß, es ist unhöflich, aber wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Na gut. Hätten wir ein Zugticket. Ein Zugticket. Ach, ja. Wohin jetzt? Schauen wir noch einmal komplett zurück. Wir haben ja noch immer die Vogelscheuche noch nicht glücklich gemacht. Ähm. Das ist's mit den Glocken. Ja, ich kann ja da noch nichts machen. Ja, egal. Dann doch wieder auf die andere Seite. Richtung Zug. Oh, der, der, der sieht ja tatsächlich menschlich aus. Sei gegrüßt, Reisender. Wenn du denkst, dass dieser Zug irgendwo hinfährt, dann irrst du dich. Er funktioniert seit langer Zeit nicht mehr. Seine glorreiche Zeit ist ebenso wie die meine schon längst vergangen. Ja, deswegen bin ich da. Wir reparieren den Zug jetzt. Dieser Zug hat Steine für den Bau des Schlosses transportiert. Nach einiger Zeit fand man in unserem Land Vorkommen und baute eine Mine, sodass der Zug nicht mehr gebraucht wurde. Heute ist es eine nutzlose Ruine. Obwohl ich mein Leben dem Schutz dieses Zuges vor Räubern gewidmet habe, sind Jahr für Jahr Teile verschwunden. Um das zu retten, was noch da ist, habe ich die Tür zum Maschinenraum verschlossen. Die Kombination, um sie zu öffnen, habe ich in meinem Kopf versteckt. Aber auch hier wurde ich bestohlen. Und ich könnte schwören, das ist die gleiche Kombination, wie wir sie auf der anderen Seite brauchen. Meine Erinnerungen wurden vom Alter bestohlen. Mitsamt dem Ort, wo ich die Kombination auf Felsen gehauen habe. Okay, es gibt es irgendwo schriftlich. Wenn du wirklich fest entschlossen bist, können wir uns aber gegenseitig helfen. Du möchtest zu den eisigen Trainern und ich träume davon, noch vor dem Tod, der immer näher kommt, eine letzte Fahrt mit dem Zug zu machen. Ja, das schaffen wir. Wenn du es schaffst, in den Zug hineinzukommen, alle fehlenden Teile zu finden und irgendwie eine neue Energiezelle zu erzeugen, könnte ich womöglich den Zug starten. Naja, Moment, wenn der komplett repariert ist, der Zug, und du nur eventuell möglicherweise könntest, bist du eventuell möglicherweise nicht der richtige Mann für den Zugschaffner Job. Job. Just saying. Das ist aber nicht alles. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. Ich werde auch einen originalen Fahrschein zu den eisigen Trainern benötigen, da auf ihm die Route verschlüsselt ist. Ja, den haben wir. Fahrschein hätten wir. Können wir den vielleicht jetzt schon abgeben? Here's my ticket. Ich freue mir, dass es dir gelungen ist, die fehlenden Teile zu finden. Bitte gib sie mir, wenn wir uns im Zug befinden. Ich muss den Maschinenraum installieren. Sie nützen mir nicht, solange die Tür verschlossen ist. Okay. Haben wir jetzt schon alle fehlenden Teile? Ich meine, das wäre ja cool. Ich glaube, nein, bitte kein Schieberätsel. Okay. Beschäftigungstherapie für Let's Player. Aha. Ja, keine Ahnung. Fünf in einer Reihe ist es nicht. Ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Jippie. Ich liebe es, in einer Sackgasse zu landen. Da können wir jetzt auch nicht mehr viel tun. Der Zug schaut extrem cool aus. Ähm. Ja, du könntest aber wenigstens die Tür öffnen, ha? Wäre das nichts. So, und jetzt? Wir haben den Fahrschein, wir haben ein langes Seil und wir haben die Steinplatte und die Steinplatte, da stand irgendetwas, die muss irgendwas mit den... Naja, warte mal, vielleicht können wir die jetzt noch... Äh. Da habe ich doch auch schon ausprobiert, oder? Ja, das führt zu nichts. Ansonsten Ticket einwerfen. Das lange Seil. Mir gehen jetzt die Ideen aus, das nützt nichts. Ich habe keine Zeit für solche Experimente. Du hast die Ewigkeit. Ja. Gut. So. Ich bin jetzt im Moment ziemlich planlos. Okay. Wir können auch gar nicht mehr komplett zurück. Ich glaube, irgendwas übersehe ich da jetzt noch. Was sind denn eigentlich diese komischen? Also, die haben ja schon verbraucht. Ja, ja. Haben wir Risse von Klappen. Und wie betätigt man Klappen? Indem man ein Seil verwendet. Aber so nicht. Hm. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Was mache ich jetzt? Was ist mit dieser Ich würde die gerne untersuchen. Steinplatte. Na, geht nicht. Jo, ich habe im Moment keine Ahnung. Naja, da sind nur wieder die Glocken. Sicher irgendein. Nach links oder rechts kann man da ja nicht mehr gehen. Nein, kann man nicht. So, gut. Da war ja nur das Bild drinnen. Ich übersehe sicher irgendwas komplett offensichtliches. Da dachte ich, passt vielleicht die Steinplatte rein. Tut sie aber nicht. Können wir da jetzt vielleicht die Kristalle wieder mitnehmen? Nein. Die Familie ist vollzählig. Der Unterzeichner, ja, der hat nicht unterzeichnet. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Familie nicht mehr vollzählig. aber billig mal das ein oder hat sich jetzt die Tageszeit geändert? Weil vorhin hat da glaube ich die Sonne reingescheint und jetzt ist sehr so kaltes bläuliches Mondlicht. Cooles Detail, wenn das tatsächlich so ist, aber ich kann mich da jetzt nicht so genau erinnern. So, und da war ja jetzt auch nicht mehr viel zu erledigen. Das Rattengeheimnis haben wir aufgelöst. Ein komisches Werkzeug, ich will nicht wissen, wozu es dient. Gut, da ist die Anleitung, wie man Ersatzteile craften. Können wir vielleicht nochmal den Aufzug holen? Nein, können wir auch nicht. Und ja, da ist einfach nur der Hebel, den wir bedienen können. Nope. So. Na gut. Ich werde die Folge jetzt geringfügig überziehen. Vielleicht schaffe ich es ja noch in der Folge rauszufinden, was wir denn jetzt tun müssen mit dieser Steinplatte. Da können wir jetzt auch nichts machen. Ah, wir können eventuell das Seil da irgendwie... Hey, Vogelmann. Das ist nicht... Ja, das weiß ich auch, dass das nicht das stürmische Ei ist. Ich habe dich nicht um das hier gebeten. Ja, geht das ein bisschen unfreundlicher? Okay, also der ist... ziemlich unfreundlich. Ja, da ist jetzt wieder der Zahlencode, von dem keiner weiß, wo, wie, wann, warum. Ja, na gut, ich sage euch was, ich gönne meiner Birne eine kleine Pause. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich werde es nochmal auf gutes Glück irgendeinen Code probieren. Ist es nicht, war leider falsch. ich habe tatsächlich keine Ahnung, was wir tun können. Jawohl, das leuchtet jetzt. Ja, aber das hat davor auch schon geleuchtet. Ah, hier fehlt etwas. Moment, ich weiß es, ich weiß es. Oder auch nicht. Nein, echt jetzt. Aber sonst habe ich ja nichts. Na gut, schade. Eins, eins, eins probiere ich jetzt noch aus. Vielleicht, also diese Scherendinger haben wir ja auch abgeben. Ja gut, ich brauche eine Pause, ich habe keine Ahnung, ich stehe gerade an. Ich muss einmal kurz meinen Hirn durchlüften lassen. Vielleicht finde ich ja beim nächsten Mal die Lösung. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, würde mich total freuen und würde mich auch freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. In diesem Sinn, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was. Ciao, baba.